Hallo Jessie! Ah! 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 Oh Gott, bist du schon gefroren? Nein! Gleich! Gleich! Oh gemein! Ich habe den alten Mann angeguckt! Ah! Da! Da! Ah! Kein Orgasmus! Lauf! Lauf! Nein, nein, nein! Oh Gott! Was? Ich habe dich berührt! Komm her! Oh Gott! Nein! Ich bin nicht da! Du siehst mich nicht! Warte! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Nein! Was ist das? Hey Yoshi! Hey Yoshi! Grüß euch! Nein! Nein! Ich habe keine Munition mehr! Du bist nicht schneller als ich! Das ist gemein! Das ist unlogisch! Oh Gott! Scheiße! Du bist ganz schnell! Lauf! Lauf die Jungs! Ich höre euch schlagen! Wo seid ihr? Ah Jessie, das bin ich nicht! Oh, hi! Oh, das ist direkt bei mir! Nein, nein, nein! Das ist eine Ecke! Ohh... Maxi, renn, 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 renn! Jessi, wo sind die? Nein! Oh... Wo kommst du her? Wunderschön! Die hat... die hat dich von hinten gesehen! Du weißt, dass dein Schwanz ziemlich auffällig ist, ne? Ja, ich kann dir nicht verstecken, was willst du machen mit neuen Späßen? Schieß auf sie, los, was ist denn für dich? Niemals! Das Ding ist, wir müssen Jesse da oben einflicken, weil, dann können sie die nicht retten. Ich hab's gemerkt, ich war in einem Baum, genau neben dir. Das ist gefährlich. Komm, 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 komm. Da kommen wir eh nicht hin. Sie ist auf der Tankstelle. Ich hab sie hochgepickt. Ey, geh von mir weg. Wir könnten hier einfach... Ne, die campen jetzt eh, wir könnten ja hier... Das ist echt pervers. Oh, schau dir das an! Yoshi, willst du da reingehen? Hinter dir, das Haus. Ja, links, links, genau das. Komm, komm mit mir rein. Oh, der Hai auch noch gleichzeitig. Nein, ich muss jetzt mal suchen. Du bleibst an. Ich hab sie sich verwirrt umgeguckt, ey. Ja, Yoshi. Ja, du bist voll in der Nähe. Noch mal, noch mal, noch mal. Yeah! Katak, die sind da, wo wir mir in der Nähe. Wir sind überall hier in der Nähe groß und wir finden ihn einfach nicht. Nein, wo das... So verwirrt. Ja! Wir sind ja auch kaum auffällig. Nochmal! Komm, jetzt, jetzt, jetzt. Warte mal, warte mal. Hey! Hey! Hier, hier, hier! Messie, Messie! Wow! Warte hoch! Ich war doch da sogar schon! Die krieg ich noch! Die krieg ich noch! Leck meine Müsschen! Nein! Ich hau das her. Komm, komm, komm! Ich wusste doch nicht, dass es so geht! Ich war hier, Laura! Oh, wie geil! Wow, jetzt geht's los wieder, ey. Hallo? Jesse! Hau ab, du scheiße Yoshi! Meins, meins! Nein! Ich schneid dir den Weg ab, ich schneid dir den Weg ab! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Renne meine Arme! Ich schnee mal gelaufen! Ich schnee mal gelaufen! Niemand fest! Ernsthaft? Nein! Scheiße! Ihr könnt nicht mal! Oh, das schaff ich niemals! Grüe, Yoshi! Oh, Scheiße! Ich kann mich echt nirgends verstecken, ohne dass meine Schwänze irgendwo rausgucken. Oh, irgendwie hab ich Lust, in ein Restaurant zu gehen, ne? Das hört sich etwas falsch an. Oh, ist hier irgendwie eine Bedienung im Restaurant? Hallo? Okay, Maxi, das kommt mir bekannt vor, irgendwie. Ah, lol! Hast du sie? Nein! Wo hab ich? Hallo, ich war nur ein Baum, ich war nur ein Baum. Warte, 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 Jess, 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 Jess. Ich verrate meine anderen. Nein! Ich verrate die anderen. Ich verrate die anderen. Du musst ein Geist werden. Nein! Ich bin ein gutes Tier! Ich krieg' ihn halt nicht, Alter! Ich krieg' ihn halt nicht, Alter! Ich bin ein gutes Tier! Ich bin ein gutes Tier! Das kann mich sein, Alter! Das ist doch nicht! Ich bin ein gutes Tier! Wow! Wieso treff' ich die nicht? Oh Gott! Es kommt zu mir! Was wollt' ihr haben? Ich bin ein gutes Tier! Ein Tisch für zwei, würd' ich sagen! Was wollt' ihr haben? Was? Vielleicht ist auffällig das Beste? Ja, ja, ja. Das ist so auffällig! Ja, 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 komm! Er ist einfach so halb in die Presse! Bin ich auffällig, wenn ich stehe? Es geht! Machen wir vielleicht Pätze tauschen! Dein Schwanz ist auffällig, Fufu! Ey, das musst du gerade sagen! Man ist ja wenigstens weiß! Die tarnen sich! Oh, komm! Jetzt nicht wegrennen! Komm bitte! Hier ist noch keiner! Oh, Mann! Schon verlässt du mich! Okay, lass mal sehen, wer sich da noch... Nein, nein, nein! Okay, warte, 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 warte! Ich sag dir, ich sag dir, wo Jessie ist, okay? Nein! 14! Nein! Warte, warte, geht nicht! Einer geht vor! Einer geht vor! Du bist ein Verräter, ey! Oh, Mann, Maxi! Es tut mir leid, ich möchte... Lass mich dann frei, oder? Äh, vielleicht! Das ist voll assi, Maxi! Es tut mir leid! Dieser Computer-Schock, ne? Ich geh extra langsam, ne? Ich glaub, die haben... Die haben Polis, glaub ich, verfreit, oder? Nein! Wahrscheinlich! Oh, ich hab... Ich hab einen gesehen! Ich hab... Ach, ihr habt Maxi gar nicht genommen? Scheiße! Nein! 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 Nein, ich häng fest! Ich häng fest! Ich häng fest! Wieso kommst du von da? Nein! Lauf doch schneller! Nein! Wunderschön! Wunderschön! Och, Manno! Oh, da wurde... Ich glaub, äh... Ich hab was... Äh... 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 Nein, Maxi! 2 Sekunden! Achtung! Eine Sekunde! Oh! Ja! Ey, Patix! Glaubst du, das funktioniert? Glaubst du, das funktioniert? Niemals, ey! Das ist auf jeden Fall eins meiner Debüten. Ich war... Nee, das... Das kann ich völlig vorstellen. Okay, er macht Risiko. Dreh dich einmal um, weil dann heißt er... Vielleicht ist er bei einem. Ich war noch nicht so fertig, mich zu verstecken. Ich weiß... Ich bin auch noch nicht fertig. Ich bin... Ich bin... Einfach nur voll paugiert grad. Die ganze Zeit. Nein! לע- Ha- Nein! Noah! Nein! Hey, just! Alter, wegsli! Deiner grüner Dino! Ist gut, oder? Wegsli! Oh oh! Was denn? Hast du mich gesehen? Oh 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 oh! Wie viel Geschenk hast du echt heute gewünscht? Ich bin so langsam! Okay, okay, okay... Ich komm niemals davor! Was machst du denn? Scheiße, jetzt wieder schneller! Nein, grüner Dino! Komm! Was soll ich machen? Geh hinter Nein, die brauchst du jetzt nicht Geh an den PC Lass ihn an den PC Geh an den PC Und mach dein Video Oh Gott Ich hab gar nichts gemacht Stell ihm seine Sachen wieder hin Dann siehst du so aus, als würde ich Aber ich weiß, wo wir nicht Jesse, vielleicht sind wir nicht in einem Wusch da Vielleicht sind wir doch in einem Wusch Euer Herz Wie ist die Aussicht da oben? Ich glaub du siehst du uns, kann das sein Nein, ich weiß nicht Nein, 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 nein Scheiße Nein, 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 Scheiße Nee, Maxi ist nicht bei uns Wie wollt ihr gerade raus, Glimm? Deine Schnauze guckt durch Oder dein Arsch Nee, deine Schnauze Maxi Ich guck dann einfach mit jemand durch Oh, was ist mit deinen Beinen los, wenn du dich duckst? Die sind in deinem Körper Ich hab doch gesagt, wenn er sich duckt, sieht der aus wie ne Schnecke Ich glaub der ist einfach unter dem Regal Ja, das ist der Aua, 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 nicht abschließen Das sind nur, das sind nur Nadeln, die helfen Hey, ist das nur Ähm Darf ich freigelassen werden? Ich glaube nicht Ja, ich helf dir, ich helf dir Ja, du machst das Aber die spammy Oh Gott, ich geh Okay Okay Das ist ja voll anti, Alter Das ist wirklich scheiße Hey, das ist ja voll mies Okay Oh Gott Los, 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 los Durch, durch, durch Schieß durch, schieß durch Alter, wie viele das sind Oh mein Gott Hallo Nein, Scheiße Oh Gott, er ist drin, er ist drin Oh nein Oh nein, die Tummies sind drin Lauf, lauf, lauf Ja, los, gut Sind sie oben, oder? Oh, lol Da ist ein Hai Puh, der ist eh so Ich hab ein Bett Ich hab ein Bett Mixi Nein, nein, nein Nein Mixi wo unten Da bin ich nicht, da bin ich nicht Da vorne bin ich nicht Ey, was, was soll das denn? Ich sperre dich jetzt hier ein, ja? Ja, wo ist er hin? Er ist aber noch hier oben, wer will abhauen Nein, nein, der will abhauen Was? Nein! Was macht ihr denn? Er hat einfach ein Stückchen geht am Bett Er muss nicht Er muss nicht Er wird nicht ein Stückchen weiter rum Ey, 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 tschüss Komm her Stopp Ich krieg die Fisch, ey Ich häng die ganze Zeit immer fest Alter, stopp, jetzt hör auf, um da mitzumachen Yes Nein, oh Ähm, Katha, kannst du, ich hab auf jeden Fall so ein neunschwänziges Wesen gefunden Und noch was Katha, kommst du mal zu mir Ja, ich bin unterwegs Irgendwie ist hier was komisches im Laden Nein, 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 hier ist nix Äh, Doc, Doc, willst du ne Mütze haben? Ja, ich hätt gern ne Mütze Oder Jesse, du kriegst erst mal eine, komm Klapp, doch Danke Oh, perfekt Oh Perfekt Was, die ist drauf? Ja Ja, komm, 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 komm Komm, komm, komm Jess Willkommen im Computerladen, wollen sie was kaufen? Oder nicht? Dann gehen sie einfach aus Oh, kannst du mich beobachten Das besser lässt sich, weil jetzt auch ein bisschen auszustellen würden Oh man Hey Was wollt ihr mir verkaufen? Vorsicht Ich Ich Die Sägen sind Ey Das ist voll gefährlich, ey Das geht so nicht Ne, die sind zu schwer, ja Was kostet dieses Wesen? Ähm Jetzt ist runter Wollen sie es eingepackt haben oder? Bei Maxi Hier ist Maxi Wollen sie es eingepackt haben oder wollen sie es einfach so mitnehmen? Ich nehm es Eingepackt kostet nochmal extra Oh ich hab Maxis Augen gesehen Oh ich nehm das Stück Holz hier bitte Okay Einmal das Stück Holz Weil du mit Weil du mit ich und mein Holz singen willst Also das wird jetzt hier zu schlecht Okay Oh warte ich Ich muss das Wie viel kostet das? Wir sind immer weg Hey was Ohohohoh Das Holz finde ich auch schon hier Oh Jetzt schlägt sie nach Tür fest Okay Hast du eingescannt? Ne hab ich noch nicht eingescannt Warte mal lass mich kurz einscannen So ist auch eingescannt Warte Warte ich Gib mir gib mir Hier schaffst du Achso hier Kannst du das einpacken? Hier Lass mal gucken wenn die Tür zu geht Hier Danke Sehr Hi 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 Wer sagt gerade Oh Ich seh da was blaues Mensch wie gehts? Hi Oh nein komm Das war so schönes Versteck Hier hab ich mich auch schon mal versteckt Ich guck hier immer Ach scheiße Also die hast du nicht gesehen Nein Voll nicht Also in der Mitte bei dem Weihnachtsbaum bin ich nicht Sie sagt nur Hi 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 Dann drehe ich mich jetzt um Hä Hä Seht ihr mich nicht? Ihr seid echt blind Kann das sein Irgendwie ne? Das ist nicht euer Ernst oder? Hä? Hä? Du bist doch egal Er versteckt sich nicht als Geschenk wieder Na? Er ist ein Geschenk Ey seht ihr den da echt nicht? Ja gib mal einen Tipp Komm mal zu dir Ja obwohl eigentlich bist du schon ziemlich nah an der Tür Jess komm mal zu mir Oh mein Gott da oben Jess komm zu mir Jess komm zu mir Jess komm zu mir Ja los Ja Maxi das Problem ist bloß 45 Sekunden Komm her Bleib stehen Jama Es ist nicht ein BG Surprise motherfucker Oh mein Gott Was ist das denn? Oh mein Gott Oh mein Gott Ok das geht Äh 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 Schau dir das mal an. Schau dir das Licht an, aber dann die restliche Ausstattung. Das passt gar nicht. Dafür ist die Kauffassung. Man merkt sofort, wenn du in einem Raum bist, deine Schwänze hängen wieder immer raus. Nein, er muss sie nur auf mich zu aufmachen, dann könnte ich sie baggen. Au, au! Was? Wie geht das denn bitte? Er hat durch die Wand geschossen. Auf uns beide, ey. Jesse, du kennst den Spot ja, aber die anderen vielleicht. Ich kenn ihn schon. Oh scheiße stimmt, Mexi kennt ihn. Rett weg. Wow. Oh mein Gott. Hey. Lauf, lauf, Kataknochen. Lauf, lauf, Kataknochen. Nein. Das ist sicherlich nicht gesehen. Nein. Ich hänge fest. Weiß ich nicht, ich hab Training, Training. Nein. Nein, geh weg. Nein. Dann kommst du mir nicht. Ah. Ah. Hilfe. Nein. 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 Das ist gemein. Direkt vor deinem Haus ist er. Maxi. Maxi. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Oder auch nicht. Ich hab keine Muni mehr. Steck ihn hier. Steck ihn hier. Steck ihn hier. Steck ihn weg ab. Oh Gott. Oh Gott. Da ist Jessie. Da ist Jessie und der Doc. Die sind beide frei. Jessie ist rechts von mir. Und der Doc ist links. Äh. Jessie ist direkt an mir. Ah. Scheiße. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ist das ein schöner Anblick. Der Versuch war aber gut, ey. Da ist ein Yoshi. Hä? Wo? Nein. Er hat ihn wieder gefreut. Ja. Oh. Nummer 0. Das hier hab ich. Oh come on. Kannst du aufhören immer bei mir zu sein. Also wenn du da bleibst, gewinnst du auf jeden Fall. Ja, aber. Ja. Ich bin schwer zu finden. Jessie. Nicht campen. Best hab' ich gesehen, best hab dich gesehen. Nein. Hast du nicht, 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 hast du nicht Hast du nicht, hast du nicht, hast du nix, hast du nicht, hast du nicht Hast du nicht. Ich auth' ich auth' ich auth'ob ich Urlaub! Ja, 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 ja.